Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Raoul Richter, 35 und Vanessa Schmidt sind tatsächlich wieder zusammen. Der GZSZ-Star und die Moderatorin machten ihre Beziehung 2018 offiziell, 2022 war dann alles wieder aus. Einen offiziellen Grund gab es nicht, aber es kam schnell zu untreue Gerüchten, die jedoch nie bestätigt wurden. Allerdings spekulieren die Fans schon länger, dass sich das Ex-Paar wieder zusammengerauft haben könnte. Jetzt ist es endlich offiziell, Vanessa und Raoul starten einen zweiten Versuch. Wie einige es schon richtig vermutet haben, ja, wir sind wieder zusammen und ja, wir haben uns entschlossen, unserer Beziehung nochmal eine Chance zu geben, erklärte Vanessa in ihrer Instagram-Story. Dazu postete sie ein Foto des Paares, auf dem sie und feste die Bellen Icon, und Like our Video und Share mit deinen Freund und Familie. Vielen Dank für die Zuschauen, danke.